Oh das sieht nicht gut aus. Neste oder sowas, kann das sein? Wir brauchen hier ein paar Gebäude. Erstens mal, ich brauche Industrie. Im besten Fall jetzt gerade mal noch ein bisschen Unterstützung. Okay, der Raum da unten geht nicht weiter, das wird interessant. Gut, ich habe hier Licht eingeschaltet, also aus der Richtung kommt erstmal kein Gegner. Eine Dastfabrik, oh, okay. Hm. Große Reichtümer oder Tod? Tja, soviel dazu, ist nichts passiert. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Hm, ja, komm. Verbessern wir unser unsere Analyse. Drei Runden, alles klar. mit dem levelaufstieg warte ich auch noch bis wir ich will keinen blöden spruch über meine größe hören sonst breche ich dir die kniescheiben mit dem kopf geil will ich haben bitte mit einem levelaufstieg wollte ich sagen warte ich bis wir am aufzug sind beziehungsweise alle räume entdeckt haben dann lohnt sich finde ich am meisten das ist was ist denn das für ein ding 8 ist der ausgang alles klar ja ein ding ok es ist es ist es ist es ist Ja gut, noch brauche ich den Aufzug ja nicht. Ja gut, noch brauche ich den Aufzug. Ah, ok, da kommen die Feinde. Ah, ok, da kommen die Feinde. Ah, ok, da kommen die Feinde. Tut mir leid, ich kann dich nicht rekrutieren. Kein Platz frei. Ah, ok, da kommen die Feinde. Ah, ok, da kommen die Feinde. Ach so, die Helden, das ist gut. Die Helden greifen automatisch diese Finger an. Sehr gut. Ah, das ist ja gut. Die letzte Tür des aktuellen Dungeons. Ah, das ist ja gut. Ach so, die werden alle von da oben kommen. Gut, ich kann noch zwei Räume so ein bisschen schützen, sage ich jetzt mal. Die kommen nur aus zwei Räumen, Gegner. Aber da wird einiges rauskommen. Ach, wird das schön. So, gucken wir doch mal. Erstmal noch eine neue Stufe. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gucken wir nochmal, was wir aushalten Ich weiß nicht, die Kierbumpen Oha Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 man vergleicht zu dem was da kommt ist das was dadurch was man durchlässt geschafft kennt ihr jemanden text zu nein okay da geht so zu spät ein weiteres level abgeschlossen und es geht in den nächsten dann schon wir sind vollständig wir haben vier helden ich bin gespannt wird die behalten bis zum ende also vielen dank dass ihr dabei wart macht es gut bis dann und ciao